Alexandra von Hannover ist mit ihren 19 Jahren das Nesthäkchen unter Prinzessin Carolines Kindern. Doch trotz des zarten Alters beweist die hübsche Büronette bei Auftritten auf dem roten Teppich immer wieder, dass sie den anderen Grimaldi-Damen in Sachen Modegeschmack in nichts nachsteht. Jetzt zeigt sich Alexandra gemeinsam mit Beatrice und Pierre Casiraghi auf der Alberta Ferretti Cruise 2020, einer Modenschau in Monte Carlo. Zu diesem Anlass trägt die 19-Jährige ein sommerliches, petrolfarbenes Kleid. Und das lässt ganz schön tief blicken. Der großzügige Ausschnitt enthüllt ein gutes Stück royales Dekolleté. Aufgepeppt wird das Outfit mit einem leichten Schal im Animal Print. Eine silberne Klatsch und dazu farblich passende Pumps runden den Look perfekt ab. Doch Moment mal! Dieses Outfit kennen wir doch! Charlotte Casiraghi, die Halbschwester von Alexandra, trug dieses Kleid bereits 2005 bei den Feierlichkeiten anlässlich der Krönung von Fürst Albert. Über die Jahre hat es wohl seinen Weg in Alexandras Kleiderschrank gefunden. Offensichtlich stehen sich die beiden sehr nahe. Die junge Prinzessin bekommt wohl ab und zu von ihrer älteren Schwester den ein oder anderen Tipp für den roten Teppich. Wenn das mal keine Geschwisterliebe ist! Und Alexandra sieht genauso wie Charlotte 2005 in diesem Outfit einfach umwerfend aus.